Sam, das Junggemüse hier ist Jack Spade. Jack, Sam. Du bist eine Soldatenspruchte? Ja, Sir. Bei welcher Waffengattung denn? Ich war... Ich war in der Koordinationsabteilung der Waffengattung. Da soll mich doch ein Büffel treten. Ein Bürohengst. Freut mich, dich kennenzulernen, mein Sohn. Ich war auch in der Koordinationsabteilung der Waffengattung. Ja, Moment, mein Mann. Hast du mir doch erzählt, du hättest in Vietnam gedient. Habe ich ja auch, Saigon. Und, und wie haben Sie Ihr Auge verloren? Wir haben im Büro rumgealbert. Wir haben mit Büroklammern aufeinander geschossen und einer von den verdammten Herrschen hat mein Auge getroffen. Na klar, Mann, dasselbe ist mir auch mein Sohn. Ich habe die verdammten Orden an deiner Jacke gekriegt. Also, tja. Den hier fürs Maschinenschreiben, den hier für die Datemeisterschaft und den fürs Surfen. Hey, den hab ich auch. Vergesst alles, vergesst es, halte die Klappe. Zeig mal, was du hast.